Hallo, hallo, hallo und hallo und blablabla. Fast richtig. Okay, ich bin ungefähr der schlechteste Showgaff Toplane. Generell kein guter Showgaff, aber ist egal. Wir wollen hier niemandem seine Midlane-Stratik machen, wenn er schneller war. Das macht man nicht. Das war tatsächlich früher auch in Ranked so. Ich weiß nicht, wer schon so lange Ranked spielt, dass er das noch weiß, aber damals war das so, dass wenn du zuerst deine Lane gecallt hast, dann hast du sie auch bekommen. Heißt, es war einfach Ranked übelstes Glücksspiel, ob du deine Rolle bekommst oder nicht. Oh, nö. Wirklich? Wollt ihr in Toplane? Ach, kommt schon. Ach, kommt schon. Los geht's. Ab auf die... Oh mein Gott. Falls ich das letzte Mal Geräusche oder so mache, dann ist das einfach nur die Hitze in mir. Ist einfach ultra warm und ich weiß nicht, wohin mit mir. Warte, was? Halt. So? Okay. Cool. Na dann. Aber ich muss natürlich ein bisschen gucken, dass ich Farben kriege. Ich kann hier jetzt nicht komplett abstinken und gar keinen Farben mehr nehmen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, ich skill den Q hoch. Ich mach halt mal. Wenn man den Silos hochskillt, weil das ist blöd. Nein. Äh, man skillt wohl den Q hoch. Oh Gott, nein. Hier hat sich ein Fliegevieh rein verirrt. Ein großes Fliegevieh. Komm hier. Erwischt. Ich hab das überhaupt nicht mitbekommen. Sorry, Amumu. Es tut mir so leid. Ich hab's nicht gesehen. Entschuldigung. Jetzt ist eigentlich der Red Buff, wenn man den hat und diese Spikes aktiviert und dann auf die Wane. Ne, okay. Er prockt nicht. Das war die Frage, dass wenn man der halt durch die Units schießt und dann halt auf den gegnerischen Champion erwischt, ob das dann prockt. gut. Nope. Okay, ich werde es einfach so machen. Ah. Komm her. Oh mein Gott. Ich bin ja... sowas von absolut nicht high-skillt. Ich hab's erwischt. Trotzdem, ey. Uh. Gepressen. Nom 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 nom. Oh mein Gott, die hat auch TP. Ah. Oh, sie hat Angst vor mir. Das ist ja lustig. Na, schade. Ich hab jetzt Schuhe. Und Buzo. Hat es. Oh. Ein Stack, ein Stack, ein Stack, meine Freunde. Hä? Halt, stopp. Wir sind jetzt zwei. Moment. So war das nicht geplant. Moment. Ah, schade. Nee, ich wusste. Oh, das ist mir nicht so wurscht. Ich muss doch fressen. Moment. Nein, stopp. Ich muss fressen. Ich hab jetzt gefressen. Das war mir gerade irgendwie wichtiger als die anderen Sachen. Ich spam hier gerade ziemlich Fähigkeiten. I know. Was? Nicht erwischt? Okay. Ich habe das System von Glacial Sugar verstanden. Ha, 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 ha. Und schon muss ich wieder an TFT denken. Oh, keiner kommt, glaube ich, wieder nach oben. Ja, aber da ist sie nicht die einzige. Das ist der Grund, warum ich jetzt gehe. Ich kann mich doch nicht wehren. Oh mein Gott. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Also, Wayne keine Ulti mehr. Ich weiß, irgendwer hat geflasht. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich hab's vergessen. Aber ich lebe noch. In eine Morgana transformiert. Gott, ich sehe ja immer, wie ich dich fressen kann. Wie geil ist das denn? Komm her. Ich kann dich fressen. Hm, ich möchte dich fressen. Ja, ja. Schön fressen hier, du. Ja, 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 ja. We can do it. Yes, 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 yes. Halt! Hier spinn ich denn. Ich bin ein Monster von der Toplane. Oh lol. Das ist dann wohl, wie man sie spielt. Nicht so, wie ich das gemacht habe. Ich hab das nicht so erfolgreich gemacht. Boah, ist die stark. Krass. Crazy. Well done. Geh, fressen. Gott, wie groß kann ich denn werden eigentlich? No, Halloween, come back, please. Oh, ich hab sogar... Da steht da sogar genau dran, wen ich gefressen habe. So, sechs Minions und zwei Champions. Hm. Tasty. Sehr lecker. So, ein bisschen... Okay, na gut. Jetzt hab ich das Reitem. Na gut. Unique Passive. Oh lol. Oh lol. Ich muss ja gestehen, ich wusste gar nicht so genau, was das Item macht. Ich hab mir das gerade durchgelesen und bin ein bisschen begeistert. Ich hätte sie auch einfach fressen können. Ich hätte sie auch einfach fressen können. Auch das wäre lustig gewesen. Ich würde gerne fressen. Schade. Und halt nicht. Du hast mich nicht erwischt. Du hast mich nicht erwischt. Ja, da fläsch ich raus. Komm her, ich will dich fressen. Goddammit. Gefressen. Wir müssen so langsam auf die Edge, Sugar. Wir sind so fett. Es geht nicht mehr. Du musst... Du musst weniger fressen. So geht das nicht. Doch, eigentlich... Alles richtig gemacht, Sugar. Mach weiter so. Bisschen gut da. Das macht keinen Unterschied. Ah, geht nicht mehr als 9. Oh. Das ist jetzt nicht so gut. No, guys. I'm going to die. Warte mal. Ja, jetzt bin ich tot. Ich hab zumindest das Item mal eingesetzt. Aber es war schon nicht so gut, was ich getan habe. So, und jetzt... Das kaufe ich... Moment, weiter geht das Item-Bild nicht, weil derjenige nicht mehr gebraucht hatte. Äh... Sonias hab ich nicht gekauft. Ich habe dafür ja das gekauft. Ich könnte aber noch ein bisschen Fähigkeit stärken. Was ist denn mit Ludens? Ich bin ja ein großer Ludens-Fan. Ludens. Ludedudens. Ich meine, das ist zwar schon hier, aber... Komm. Obwohl, weißt du was? Wir brauchen... Damage. Klarer Call. Klarer Fall. Da mage. Ich bin ja immer noch riesig. Hä? Wird das beibehalten? Verliert? Ich dachte, Sugar verliert das. Ah, okay, da stand gerade, dass ich jetzt gar nicht mehr von Monstern kriegen kann, sondern wirklich nur noch von Gegnern. Ich habe irgendwie ein komisches, großes Loch in meinem Nacken. Ich kann nicht so viele Stoff denken. Ich kann nicht so viele Stoff denken. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht, dass ich gerade meinen... Die Steinplatte genutzt habe. Ja, ja. Ja. No, stay, mate. No. Aber GGWP. Also es war nur ein Wammel, aber... Ich habe einen neuen Champion gefunden. Er heißt Sugar. Nee, der war wirklich cool. Macht Spaß. Ich weiß nicht. Spielt den jemand von euch? Ich sehe den so selten. Dabei war er gerade wirklich lustig. Wirklich lustig. Wen honor ich denn? Den Amumu. Und nicht nur ein Kinden verdammt. Es geht über. Du hast See. Bis zum nächsten Mal.